Moin, ich bin Buddy Dirk vom Netzwerk Positive Lounge HIV bewegt uns in Braunschweig. Viele Menschen werden von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft an den Rand gestellt. Das können und dürfen wir nicht akzeptieren, denn wir haben eine starke Verfassung und ein klar formuliertes Grundgesetz. Im Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und im Artikel 3 Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dazu zählen auch Menschen mit HIV. Das ist wichtig und ist einzufordern, denn Ausgrenzung, Stigmatisierung, Diskriminierung macht uns einfältig und arm. Denn die Akzeptanz der Vielfalt und Lebensweisen hingegen macht uns lebendig und reich. Denn das Leben ist definitiv mehr als schwarz und weiß.